Musik Wir sind gerade in Kathmandu angekommen am Flughafen und fahren jetzt nach Tadi, da zur Navodaya School vom Father Michael. Wir sind mit den Kindern mit den Japanern für zwei Jahre, ich konnte verstehen, dass sie keine Möglichkeit haben. So, das ist ein typischer Japaner Haus. So, da gab es eine heavy flöten Lanslage in der Region. Sie wurden hier, in diesem Ort, von der Regierung. Wenn Sie in der Richtung sehen wollen, dann haben Sie einen Hirnporei. Sie haben einen Hirnporei, die sich im Haufen befinden. Sie haben einen Hirnporei. 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 Man muss nicht mit dem Anspruch gehen, dass man allen helfen kann. Sie haben einen Hirnporei. Ein Junge von 15 Jahren, der bis vor einem Jahr noch an einem Auge gesehen hat, der sieht jetzt gar nichts mehr. Das tut wirklich weh, dass man so jemandem nicht helfen kann. Ich habe das Gefühl, es ist ein gutes Wesen. Ich habe das Gefühl, es hilft, es hilft, es heilt die Familie, zu leben für einen Monat. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.